Was geht ab, Leute? Nerdlet Games hier und willkommen zurück zu Resident Evil Revelations 2 Episode 1. Das war ganz schön viel. So, ich bin fast tot. Ich hab, glaub ich, nichts mehr zum Heilen. Nö. Und der ganze Kran und das ganze Zeug läuft. Ich muss nur herausfinden... Na, ich kann nicht. Ne, wir spielen weiter mit Barry. Ich muss ja herausfinden, was das Ganze mit dem Kran auf sich hat. Ah, ah, ah! Ich hab nur noch sieben Schuss. Das auch noch. Ich bin total am Arsch. Ah, da kommen wir gar nicht durch. Ja, ich glaub, wir werden fünfmal draufgehen. Ja, helft ihr selber. Helft ihr einfach selber. Du kannst mich mal. Wie komm ich da hin? Wahrscheinlich nur mit der Göre. Kann das sein? I really don't know. Ich hab keine Ahnung. Bring dich mal in Sicherheit, Barry. Äh, shit, fuck. Ja! Ne? Geduckt hab ich mich. So, der Kran läuft. Ich muss jetzt da... Wie zum Teufel komm ich da rein? Das kann doch nicht so schwer sein. Der wird sowas von gemördert jeden Moment. Muss ich da irgendwie... Ich hab die Schnauze voll. Ey, könnt ihr nicht eine Räuberleiter machen oder so'n Kack? Mir geht's auch nicht hoch. Idee. Toll, die sagen mir... Ich muss da hinkommen. Ähm, vielleicht an den Baumstämmen vorbei. Nö. Nö. Witzig. Ah, da ist er tot. Boah! Barry! Das war wieder super Synchro. Hm. Vielleicht kann ich auch irgendwas zeigen. Ich weiß es wirklich nicht. Geht doch. Jetzt sollte der Kran laufen. Gut, der Kran läuft. Wie komm ich da hin? Gehen Sie zum Funkturm. Ja, das ist meine Mission. Hi. Hm, ne Küste. Ne Brandflasche. Du blöde Mistviech. Mal ohne Scheiß, ey. Naja. Ich hab das überlebt. Wahnsinn. Warte, ich kann aber mal gar nicht mehr rennen. Hier liegt irgendwas. Ja, das war klug. Fück dich! Da liegt doch irgendwas. Ziegelstein oder was. Ach, ich weiß nicht, wie wir da dran kommen. Ich weiß es wieder. Ist ein bisschen her. Hier ist ein Haus. Ich muss durch das Haus. Und in diesem Haus werde ich erstmal gleich gemördert. Denn hier sind irgendwie 5000 von den Kreaturen drin. Das ist behindert. Absolut. Da! Die sind tot. Ja, da leuchtet mein Controller wieder rot. Ja, das wird kacke. Ich kann das eigentlich... Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwo mal neu starten kann. Weil ich so wenig Leben hab. Da komm ich gar nicht durch. Jetzt sollte der Kran laufen. Geht doch. Jetzt sollte der Kran laufen. Na, du kleine Göre. Geh mal voran, ne? Vielleicht kannst du den Kran ja bedienen. Aber was ist hier? Barry-Style. Äh, kein Monster ist hinter uns her. Also können wir mal gucken. Sturmgewehr-Munition. Jetzt kann ich bei Barry bleiben. Hier hab ich Glück. Ja, ich hab kein Glück. Brrrr. Hat die sich einen zurechtgeluckern? Das ist Wahnsinn. Na toll, jetzt nur die Brand-Munition. Das ist totale Verschwendung. Ja! Natürlich! Ich darf mich eigentlich von Anfang an nicht von dem Viech treffen lassen. Ich glaub, ich benutze mal die Brandflasche. Getroffen, weil das wird das Viech wahrscheinlich nicht killen. Na, ich kann doch nicht mal mehr rennen. Obwohl? Doch, es wurde gekillt. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie ich hier leben durchkommen soll, ganz ehrlich. Steht eh gleich wieder auf und ich bin tot. Ach, ehrlich. Alter, Gasse, wunderschön. Ey, wieso sind die so verflucht viele Türen? Das ist ein ganz billiges Haus. Jawohl. Easy peasy. Heilung, bitte! Ist auch nicht schlecht. Ja! Nein! 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 Boah! Gut, dass die mir die Escape-Route hier gegeben haben. Jetzt aber weg hier. Jetzt aber weg hier! Geht's dir gut! Boah! Ja! Drei Schuss! Können wir das Messer nehmen? Nope. Lass mich hier weg! Ich muss hier weg! Ja, meine Güte. War das wirklich notwendig, in die Hand zu halten? Ich check sowas nicht. Na, das war der wirklich weite Umweg. Ja, das war er. So, bitte lasst hier kein Viech sein. Aber ich glaube, hier ist ein Checkpoint. God damn it! Was können wir denn upgraden? Die Waffe verbessern nix. Nix, nix, nix. Wir haben's geschafft! Woo! Woo! Und hier ist da draußen überhaupt jemand! Verdammte Scheiße, nochmal! Das ist sie. Meine Kleine. Hat es geklappt, Neura? Nein! Ach, das Scheißteil muss kaputt sein. Okay, dann lass uns zur Wossek gehen. Scheiß Technik! Das kannst du laut sagen. Das wurde vor sechs Monaten aufgenommen. Mensch, Moira. Deine Tochter heißt... Moira? Ja. Warum? Hey, Kleine. Geht's dir gut? Moira. Sie ist tot. Was? Dann, dann, dann! Wow, hätte ich gewusst, dass das das Ende von Episode 1 ist, hätte ich nur ein bisschen länger gespielt. Da ging ja knapp nur anderthalb Stunden, Stunde, nur nicht mal. Nächstes Mal bei Revelations 2. Moira wollte zu diesem Turm gehen, als ich bei ihr war. Du musst mich da hinbringen. Schaffst du das? Aber wir wurden mit etwas infiziert. Ich komme später nach. Ist das der Ort, die Bassis? Hab keine Angst. Endlich bist du gekommen. Ich wusste, dass du kommst. Wir sind runter von der vergibten Krippe. Wir sind runter von der vergibten Krippe. Kann ich nicht Dude Das ist fies Lasst mir mal in den Kommentaren wissen, was ihr so davon haltet Ich werde das Video einfach kürzer halten Und werde einfach eine neue Episode in einem neuen Part starten Das hört sich doch ziemlich gut an Ich glaube, das waren doch nicht mal 5 Minuten, die wir gespielt haben Aber hey Ich muss bisher sagen, ist ganz okay Reiß keine Bäume aus, ist ganz okay So wie das meiste dieses Jahr Macht ja noch Spaß Das ist ein bisschen Resident Evil, ey Kann doch gar nicht schauen, kann überhaupt nicht schauen Episode 1 Panel Colony Haben wir fertig Drei Frauen und einen Barry Figur Claire Figur Barry Treffergenauigkeit 64 Neuversuche 2 Dafür kriegt man A für zwei Neuversuche Ich hätte dafür ein B oder C verteilt Ey, wow Ich hätte sogar ein S bekommen Ich bin total dämlich gestorben eigentlich Ich habe nur eine halbe Stunde diese Episode gespielt Was ist denn das, ey Und ich habe dabei noch voll lange gebraucht Also so kurz sind die Episoden Ist ja krass Ja, wir haben ein bisschen Punkte bekommen Die werde ich jetzt aber nicht benutzen Ich gehe sowieso nie in die Hocke Wenn ich vorher Eigentlich ist das ganz doof irgendwie Das muss man gar nicht haben Äh, ist erhältlich kaufen? Nein Ich habe doch alle Episoden The fuck So Hier will ich das Video mal cutten Und wir sehen uns im nächsten Part zu Resident Evil Revelation 2 Episode 2 Und danke fürs Zuschauen, Leute Falls ihr Bock habt Abonniert Gebt dem Video ein Like Teilt das Video mit euren Freunden Danke für euren Support Macht's gut Bye, bye